Das ist mein Gehirn. Aber stellen Sie sich einmal vor, es wäre Ihr Gehirn. Sehen Sie, schon mutet es eine Spur interessanter und aufregender an. Und eigentlich ist es auch egal, ob es Ihres oder meines ist. Zumindest so lange egal, solange keine Auffälligkeiten bemerkbar sind. Bei mir gab es eine Auffälligkeit. Was er denn meint, ist ein Film, der ein bisschen rausfällt aus meinem filmischen Schaffen. Das ist, glaube ich, mein 18. Film. Und das ist der erste Film, in dem ich sozusagen der Protagonist bin. Es geht im Prinzip um die Auseinandersetzung mit dem Tod, um Schicksalsschlag, um Extremsituationen, um die Angst, um die Angst vorm Tod. Das sind so die universellen Themen, die ich anhand meines kleinen beschissenen Lebens sozusagen durchdekliniere. Warum hast du dein Aneurysma Bastard genannt? Ja, das ist so. Also ich habe versucht, in dieser Zeit irgendwie da Kontakt aufzunehmen. Also es ist ein Teil von einem, das man aber nicht gerne hat. Weil das einfach ein Scheißkerl ist oder ein Bastard, weil der einen letztendlich auch umbringen kann. Aber trotzdem wollte ich so eine direkte Beziehung. Und der hat auch komplett in diesen zwei Monaten mein Leben eingenommen. Ich habe ihn nicht gefragt, sondern er hat es einfach so gemacht. Der war vielleicht schon länger da, wie es auch im Film vorkommt. Ist spekulativ. Aber ich wollte ihm einfach so eine Zuschreibung personalisieren. Ich wollte ihn personalisieren, um besser mit ihm umgehen zu können. Was ist das für ein Gefühl zu wissen, dass es jeden Tag zu Ende sein könnte? Es ist ein Scheißgefühl. Also es ist so eine völlige Hilflosigkeit. Also in diesen zwei Monaten ist sozusagen, hat sich meine Psyche langsam aufgelöst. Du verlierst jeglichen Halt unter den Füßen, weil alles auf den Kopf gestellt wird. Also alles, was vorher wichtig war, wird plötzlich unwichtig. Das Einzige, was wichtig ist, gibt es irgendwie eine Möglichkeit der Rettung? Oder bei mir in diesem Fall der Operation, weil das nicht ganz klar war, kann man das operativ behandeln? Gibt es irgendeine Möglichkeit, aus dieser Nummer lebend rauszukommen? Und nicht nur lebend, sondern vielleicht auch ganz gut rauszukommen? Warum hast du dich dazu entschieden, deine Geschichte zu verfilmen? Also ich habe mir natürlich gefragt, muss ich diesen Film machen? Und wenn ja, warum? Und da bin ich einfach zur Erkenntnis gelangt, ja, das hat jetzt nicht nur mit mir zu tun. Ich bin zwar die Folie, auf dem das Ganze gezeichnet ist, aber letztendlich geht es weit über mich hinaus. Also um die Erfahrung, die Auseinandersetzung mit dem Tod, dem Umgang mit dem Tod. Das allen blüht irgendwann, mehr oder weniger früh, die Auseinandersetzung mit der Angst, die da durch diese Todesdrohung sich eingestellt hat. Und das sind so universelle Themen, finde ich, die viele Menschen ereilen. Und ich bin eigentlich sozusagen nur das Medium für den Film. Leben oder sterben? Also wenn du mich so fragst, Leben natürlich, klar. Also das ist, es gibt nichts Kostbares, glaube ich. Also das weiß man, weiß man vielleicht theoretisch, aber wenn man dann dem Drecksack tot in die Augen geguckt hat, dann glaube ich, muss man sich, sollte man sich fürs Leben entscheiden und alles dafür tun, dass es irgendwie lang genug geht und würdig genug aussieht.